Hi, hier ist der Michael von Mobiflip und in diesem Video geht es um die Insta360 ONE X2, dem Nachfolger der ONE X, eine 360 Grad Kamera und dazu jetzt im Video mehr. Die 360 ONE X2 ist der Nachfolger der 360 ONE X, die ich hier habe. Sieht auf den ersten Blick ziemlich gleich aus. Der Unterschied liegt dann natürlich im Detail, also das Ganze ist natürlich neuer, das Gehäuse ist robuster, richtig wichtige und besondere oder hervorzuhebende Merkmale in der neuen Kamera ist zum einen das Display hier vorne in der alten Variante, die hier. Da habt ihr eben kein Touchscreen, kein Farbdisplay etc., sondern einfach nur ein Textmenü, womit ihr praktisch die Einstellung der Kamera ändern konntet. In der neuen habt ihr jetzt praktisch einen schönen, bisschen größeren Touchscreen, könnt praktisch eure aufgenommenen Videos schon mal direkt anschauen. Könnt das 360 Grad Bild mit dem Finger durch die Gegend drehen, um besseren Einblick zu haben, könnt die ganzen Einstellungen schön in dem Menü vornehmen. Und solche Geschichten, dafür ist auf jeden Fall hier der Touchscreen gedacht und der ist auf jeden Fall schon mal neu. Und was wir auch noch sehen können ist, ich habe das für euch aufgezeichnet oder in einem Videochin aufgenommen, der Unterschied im Teil 2 ist der Akku. Dieser hier ist aus der 360 ONE X und der aus der ONE X2, mit der ich übrigens dieses Video hier aufnehme, ist ungefähr doppelt so groß. Das heißt, ihr habt locker 80 Minuten oder sowas, in denen ihr filmen könnt. Es gibt diverse Zubehörgeschichten, das ist auch ganz normal. Ihr könnt ein Stativ, glaube ich, sogar eine bestimmte Zeit lang im Lieferumfang. Es gibt ein größeres Stativ auch noch, so ein Deppenzepter eben. Es gibt das Dreibein mit oben extra seitlich oder 90 Grad abgewinkelten Anschluss. Da könnt ihr praktisch eins dieser Stative anschließen und diese Bulletproof-Aufnahmen machen. Es gibt so Nupsies wie beispielsweise diesen hier. Der ist zum Schutz der Linsen gedacht. Speicherkartenadapter von Typ C zu Klinke, damit ihr auch ein externes Mikrofon benutzen könnt und dergleichen. Externes Mikrofon funktioniert auch wieder mit Bluetooth. Das heißt, ihr könnt AirPod Pro anschließen. Das gehen auch einige andere schnurrlosen Headsets. Die Klangqualität ist da so, wie ihr es wollt. Also es heißt, die AirPod Pro sind die besseren. Kann ich nicht ausprobieren, habe ich keine. Ich habe es mit dem Oppo ausprobiert, wie der funktioniert. Ist ein bisschen zu hoch nach meinem Gehör. Aber trotzdem vielleicht besser, wenn ihr weiter weg seid, als überhaupt keine Kopfhörer nutzen zu können und nur die von der Kamera selber. Die in der Kamera selber, wenn wir da gerade dabei sind, sind vier Stück. Zwei vorne und zwei auf der anderen Seite, damit ihr eben auch für beide Seiten den Ton aufnehmen könnt. Ihr habt an der Seite des Geräts noch den Power-Button und den Lautsprecher. Und auf der anderen Seite eben den Akku und den Deckel, unter dem sich der Typ C-Anschluss befindet. Das Gerät ist wasserfest. Ihr könnt also praktisch auch ohne Gehäuse damit eine kürze Strecke im Wasser verbringen. Wer natürlich tauchen will oder dergleichen, braucht das optionale, erhältliche Tauchgehäuse. Am Via-Typ C könnt ihr auch eine Powerbank oder sowas anschließen. Wenn ihr zum Beispiel so eine Sternen-Schnuppen-Aufzeichnung machen möchtet, in der ihr die Kamera fünf Stunden rausstellen wirst, dann macht das natürlich Sinn, weil der Akku das niemals aushalten würde. Deswegen da einfach eine Powerbank via Typ C anschließen. Funktioniert auch tadellos. Ihr habt auf der Frontseite unter dem Display den Rekord-Button. Wenn ihr draufdrückt, nimmt ihr praktisch auf. Darunter gibt es eine LED. Die zeigt auf, ob ihr gerade aufnehmt. Könnt ihr aber in dem Menü deaktivieren. Gerade zum Beispiel bei Nacht ist es ganz sinnvoll, dass das Gerät nicht selber leuchtet, wenn es eh schon schön dunkel sein soll, damit es auch alles dementsprechend gut aufnehmen kann. Und das soll es von den Tasten her um das Gerät herum schon gewesen sein. Unten gibt es den typischen Original-Stativanschluss, nicht GoPro-gedöhnt, sondern richtig schön zum reinschrauben. Es gibt auch Adapter dazu. Allerdings nicht im Lieferumfang, dann könnt ihr auch GoPro-Zubehör nutzen. Die Besonderheit der Insta360 ONE-Reihe ist die, dass die Kamera, ich nenne es jetzt mal RAW-Format, aufnimmt. Das heißt, ihr habt praktisch immer den vollen Weitwinkel oder 360 Grad oder wie auch immer, was ihr eingestellt habt. Und könnt dann nachher über die Software einstellen, ob ihr superweit, weit oder linear haben möchtet. Also auch im Nachhinein noch festlegen, ob da hinten zum Beispiel die Tür zum Klo zu sehen ist. Und ihr macht dann einfach das Ganze schmaler oder ob da hinten irgendwas ist, was ihr sonst eventuell nicht drauf gehabt hättet und könnt es praktisch so eingeblendet lassen. Der Nachteil bei der Geschichte ist, alle diese Effekte etc., dieses Material muss dementsprechend nochmal gerendert werden. Wenn ihr es also runterladen wollt, könnt ihr zwar das Rohmaterial nehmen, könnt ihr auch nutzen. Aber wenn es zum Beispiel um Bildschirmstabilisierung oder dergleichen geht, die wird erst, wenn ihr in die App reingeht und das Material exportiert, mit eingerechnet. Auch Coloroptimierungen und so weiter gibt es einfach nur einen Haken, wo ihr es setzen könnt, dann wird das gemacht. Wird aber alles erst dann beim Exportieren gemacht. Wir befinden uns wieder in unserer üblichen Region hier mit der kleinen Brücke, an der ich so schön zeigen kann, wie die Kamera nun wackelt oder auch nicht. Deswegen nehmen wir das Ganze jetzt mal einen 360 Grad auf. Ebenfalls in der App gibt es noch, egal ob für iOS oder Android oder dergleichen, diverse Anleitungen nenne ich das jetzt mal. Da bekommt ihr praktisch ein kleines Video gezeigt, wie ihr die Kamera halten müsst, wie das Stativ ausgezogen sein muss, ob es praktisch die längste Länge weg sein muss oder nur in einem 60 Grad Winkel etc. Und dann schöne witzige Effekte zu erhaschen. Das klappt meistens tipptopp. Manche Sachen brauchen auch ein bisschen Anlauf. Ich zeige euch mal ein Video, wo ich es zum Beispiel nicht geschafft habe. Da bin ich extra diverse Wände abgelaufen, um so einen Umblätter-Effekt darzustellen. Allerdings habe ich es zwar nicht gebracht, dass ich die Kamera vermutlich in dem Winkel gehalten habe, wo der Schnittpunkt der beiden Linsen ist. Und deswegen bin ich, der eigentlich ja normal zu sehen sein sollte, immer nur leicht abgeschnitten. Ist aber definitiv kein Softwarefehler, sondern liegt an mir. Ich habe die Kamera falsch gehalten, nur kann ich euch bei diesem wunderbar schlechten Oktoberwetter nicht so viele Aufnahmen präsentieren, die ich gerne präsentieren wollen würde. Ich habe da noch ein paar andere Sachen gemacht, die dagegen sehr gut funktioniert haben. Man kann zum Beispiel einfach nur ein Foto machen, in einem bestimmten 45-60-Grad-Winkel von sich entfernt. Und das ist einfach nur ein 360-Grad-Foto, kein Video. Wird in der App importiert. Und dann macht er da witzige Animationen draus, vom Tiny Planet über, was weiß ich, Panorama-Funktion. Gibt es sechs oder sieben mögliche Export-Optionen. Und dementsprechend macht er aus diesem einen Foto eine richtig witzige Videosequenz. Könnt ihr dann auf Instagram sharen und so weiter. Je nach Örtlichkeit macht das auf jeden Fall schon mal super Sinn. Und im Endeffekt nur ein Foto, einmal Klick machen, drei Sekunden Timer erwarten, damit man auch dementsprechend das noch hinhalten kann. Und hat einen witzigen Effekt. Oder ich habe mich mal auf so eine Weltkugel laufen lassen. Auch das ist ganz einfach. Ihr stellt die Kamera nur auf den Boden, inklusive dem Stativ, einem kleinen Stativchen unten dran oder drei Beinen unten dran. Nehmt auf, dass ihr einfach in zwei Meter Entfernung einmal im Kreis um die Kamera lauft. Das war es dann eigentlich schon. Den Rest macht die Software und rendert euch da in so eine kleine Weltkugel zusammen, wie ihr oben auf der Weltkugel spazieren geht. Super einfach, super witzig und bestimmt für den einen oder anderen Clip auf jeden Fall echt nicht schlecht. Zusammenfassend würde ich sagen, ihr habt halt eben eine 360-Grad-Kamera, mit der ihr aber die Option habt, auch nur mit einer Kamera zu filmen. In 150 Grad, weit, super und linear einstellen könnt. Ihr habt die Mikrofone, den Touchscreen, eine schöne lange Akkulauchzeit. 5,7 K bringt die Linse. Von daher kann man nicht wirklich meckern. Preislich liegt ihr bei knappen 400 irgendwas Euro. Zwischen 400 und 500 war der Preis, glaube ich, für das Gerät an sich. Es gibt dann noch eine größere Preisliste, die ich euch auch bieten kann. Die packe ich aber in den dementsprechenden Artikel rein, was die einzelne Linsenabdeckung kostet. Und wie auch immer, also die ganzen Stative und was es alles dafür gibt. Das würde jetzt das Sprengen, wenn ich das alles hier noch in das Video reinpacke. Generell auf jeden Fall wirkt die Kamera super geil, hochwertig. Sie ist verburscht. Es gibt den Linsenschutz, den ich dazu oben drauf schlüpfen kann. Da muss ich nicht die ganze Kamera immer in dieses Sleeve reinpacken. Sondern ich habe eben die wichtigsten Sachen, nämlich die Linsen geschützt, dass da kein Kratzer reinkommen kann. Dann kann ich das Ding auch einfach nur in die Handtasche packen. Oder in den Rucksack oder whatever. Und ein kleines Stativchen, diese ganzen Stative sind super klein. Zusammenklappbar. Ihr könnt ihr also nur in der Hosentasche reinpacken. In meinen Ausgehversuchen hier, wo ich die Effekte gemacht habe, habe ich ein Gimbal in der einen Hosentasche gehabt. Das Step & Zepter in der anderen. Und noch das Dreibein in der Rudi-Jacke oder sowas. Also es geht wirklich ohne Probleme. Ich hätte nicht mal einen Rucksack dazu gebraucht. Es ist also alles sehr gut portable. Es wiegt nicht viel. Und ihr könnt aber trotzdem einige witzige, supergeile Szenen damit drehen. Ja, ich denke, das soll es dann soweit gewesen sein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das würde mich freuen über einen Daumen nach oben und den Kanal abonnieren und so weiter. Ihr kennt die ganzen Geschichten mit Klingel drücken, damit ihr auch mitkriegt, wenn wir wieder ein neues Video hochgeladen haben. Und ja, das soll es dann soweit gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bleibt gesund. Bis dann. Ciao.